Und hier sieht man in den Kreisen um die Schlange herum, wie etwas in der Realität erschaffen wird. Und das ist nicht ein Bild der Quantenphysik, sondern ein Bild der Ureinwohner Australiens. Hier sieht man die Erschaffung der ganzen Welt durch diese Art Tanz. Und hier sehen wir, was wir mit diesem Tanz machen. Gott schickt uns einen Blitz. Und wir schicken ihn zurück als eine DNA-Formel. Und nur als kleine Erinnerung hier, was in uns vorgeht. Wenn wir anfangen, in uns selbst zu schauen, ist der erste Schritt, dass wir doch nach außen schauen. Und ich möchte betonen, ich möchte den Aufmerksamkeit legen auf etwas zwischen den beiden. Und wie du beobachtest, hängt davon ab, welche Überzeugung du von dir selber hast. Und wer du glaubst, wer du bist. Let me show you a simple physics experiment in outline. Here you see a source of light. Eine Lichtquelle. And here you see what is called a half-silver mirror. Ein halbsilberner Spiegel. Wenn Licht von links kommt, kann es durch diesen Spiegel entweder nach oben abgelenkt werden oder durch den Spiegel hindurch gehen. Wenn wir an dieses Licht schauen, wird es von diesem Schraub, dann von diesem Schraub und dann geht es in diesen Schraub. Und das Licht unten läuft in den unteren grünen und dann wird es gespiegelt in den oberen grünen und dann in die rote Box. Und das obere Licht wird gespiegelt auf der oberen Linie und kommt zu einem weiteren halbsilbernen Spiegel und kann da entweder nach oben oder hindurch gehen. Wenn wir das Experiment so wie unten aufbauen, dann können wir herausfinden, woraus Licht besteht. Zumindest denken wir herausfinden zu können, woraus es besteht. Und dann wird das Licht, das unten läuft, auf diesem Weg in der roten Box einen Klick machen. Auf der anderen Seite, wenn das Licht aber diesen Weg geht, dann wird entweder der obere oder der untere anschalten. Wenn wir uns vorstellen, wir haben 100.000 Photonen, Lichtteilchen, dann bekommen wir ungefähr 50.000 im unteren und in den anderen beiden jeweils 25.000. Aber wenn wir den Spiegel jetzt anders einstellen, wenn wir den Spiegel aufrecht stellen, dann finden wir, dass hier nie etwas angeschaltet wird. Und das ist verständlich, weil auch kein Licht dort hineingespiegelt wird. Aber der da oben, der zweite, schaltet sich auch nicht an. Und warum schaltet sich dieser nicht an? Dieser hier ist verständlich, muss angeschaltet werden, weil das Licht diesen Weg nimmt. Aber diesen Spiegel haben wir überhaupt nicht verändert und trotzdem kommt kein Licht mehr dahin. Warum? Warum? Und was wir machen müssen, wir müssen hinschauen, was das Licht macht und wir müssen unser Denken verändern, was keiner möchte. Und wozu wir gekommen sind, ist etwas Verrücktes. Aber so verrückt es auch ist, es macht den meisten Sinn. Jedes Lichtteilchen, jedes Photon wird etwas wie ein Geist, der aufsteigt oder dahin durchgeht. Der eine Geist spiegelt von oben und der andere von unten rechts. Und diese beiden Geister treffen sich an dieser Stelle. Aber es sind nicht einfach Geister, die so laufen. Sondern sie tanzen. Also das ist ein komplizierter Tanz, in dem Moment, wo sich die beiden da in dem oberen halbsilbernen Spiegel treffen, ist der eine Geist gerade mit seinen Händen oben und der andere von unten hat seine Hände gerade unten. Und in dem Moment, wo sich der von unten aufsteigend trifft, mit dem, der eigentlich durch diesen halbsilbernen Spiegel geradeaus weitergehen möchte, gleichen die sich aus, sodass kein Eintritt in den rechten Gischen. Ist das klar, ja. Aber wenn beiden gehen auf, this ghost goes reflex up, and this ghost goes up, they are in phase. Aber wenn es passiert, dass beide ihre Hände oben haben an diesem Schnittpunkt, dann sind sie miteinander in der gleichen Phase und treten in die rote Box ein. And this counter clicks. Und da wird der Schalter angemacht. Und deshalb sagen wir, wenn dieser bewegliche Spiegel aufgestellt ist, dann ist das Licht eine Welle. Aber wenn der Spiegel auf unten gestellt ist, dann verhält sich das Licht wie ein Teilchen. Wenn der Spiegel hochgestellt ist, bewegt sich das Licht in beiden Wegen. Wenn der Spiegel nach unten gestellt ist, bewegt sich das eine oder das andere. Aber, aber, this is the big aber, this light, this distance is very long. Very long. This could be a mile of length. Very long. And we may throw this mirror up or down well after the light has entered this device. Verstehen? Aber der Weg unten ist ein sehr langer, vielleicht über eine Meile, über einen Kilometer lang. Und in dieser Apparatur. Okay, so. We at the last minute decide what the past has been. Und dieser ganze Weg wurde zurückgelegt. Und jetzt am Schluss entscheidet sich erst, ob es aufwärts gehen kann oder ob nur nach rechts gespiegelt wird. So quantum physics tells us that the past is not completely determined. Und weil das Licht ja nicht vorher weiß, was am Ende geschieht. But depends on what we do now. We decide after the admission. Wir selbst entscheiden uns nach dem Austritt. This or that. We choose what happened. Wir wählen aus, was geschehen ist. Because we choose to move the mirror or not. Denn wir entscheiden, in welche Stellung der Spiegel kommt. We choose the past. Wir entscheiden über die Vergangenheit. The past and future are constantly affecting each other in a kind of a loop of memory. Past. Die Vergangenheit und die Zukunft beeinflussen einander, dauernd. Sie sind wie in einer Schleife. Future, past. Vergangenheit, Zukunft. Connects to future. But future also connects to past. Die Vergangenheit verbindet sich mit der Zukunft, aber auch die Zukunft mit der Vergangenheit. It's healthy, stealthy. Here we look at some fundamental particles coming into existence and traveling. Hier sehen wir einige Partikel, wie sie gerade in Erscheinung treten und auf eine Reise gehen. Sie sind in die Erscheinung getreten und dann verschwunden. Ein ganz einfacher Vorbild. But something else could also occur. Here we see two Particles again. Es kann auch etwas anderes geschehen. Hier sehen wir zwei Teilchen. Here they go. But one is doing something funny. What did it just do? Aber eins von den Teilchen hat etwas Merkwürdiges gemacht. Notice what happens. A loop. It created a loop. Es hat eine Schleife erschaffen. Here we see a double loop being created. Here's our one particle. And here wird eine Doppelschleife erschaffen. What is going on? These are processes we see in Quantenphysik. Das sind Prozesse, die wir in der Quantenphysik beobachten. Let me slow that down. Here is another one. Here is how we might see it. In time. This is what it would look like to us. Und so würden wir es etwa in der Zeit sehen, wenn wir so genau beobachten könnten. At first just one particle. Zu Anfang nur ein einziges Particle. A little later we see three. A little later we see five. Und noch später sehen wir fünf. And then three. Und dann drei. And then only one again. Und dann nur eins wieder. This is what I showed you before. This is nature trying to make something from nothing. Und das ist wieder, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die Natur versucht aus nichts etwas zu machen. With a memory. Aber mit Erinnerung. We think this is what nature is doing. We think that this is going on inside of us. Und wir glauben, dass so die Natur arbeitet. Und dass das in uns passiert. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung, zum Schluss. Hier ist ein Bild Ihres Körpers. Und hier ist das Feld, das euch umgibt. Und hier löst ihr euch. Noch mehr in das Feld auf. Und hier tretet ihr in euren Körper wieder ein. Und tretet wieder ein und bildet das aus, was man die Körperform nennen kann. Hier sind die Chakren. Hier sind die Chakren. Let me show that to you again. Ich möchte es nochmal. This is your death. Ich zeig das nochmal. Dies ist euer Tod. This is your dissolving back into the field, just like a particle. Das ist eure Auflösung zurück in das Feld, wie ein Teilchen. Und hier ist es ihr birth. Bis zum nächsten Mal.